so leute wie gesagt es geht schlag auf schlag der nächste kampf liegt schon wieder an es wird hobby reaper in weiß gegen wen habe ich da eigentlich eingeladen ich muss in den chat reingucken das ist doof dass man den namen nicht sieht das müsste hobby reaper gegen power ingo sein würde ich jetzt mal sagen wenn die information falsch ist müssen wir das nachher noch mal korrigieren aber das kriegen wir schon dahin okay jungs ja ich bin momentan leicht überfordert weil ich parallel hochlade die videos gleiche rendern lasse schneide bla bla ja der ganze mist okay schauen wir wirklich okay hier sehen wir hobby reaper ein schönen bild komm mal her jetzt genau genau hier keine berührungsängste okay beide sind in position und auf geht's viel spaß jungs wie wir heute einen schönen fairen kampf ja die sind alle hier so die sind alle sehr anhänglich ne okay auch da dark magic ja das das alles immer ein bisschen fies das verfolgt einen natürlich heftigst och ja gut das war das war nun wirklich der der schnellste kampf heute abend ja aber was will man machen gehört dann dazu boot ihn aus steinigt ihn ja das war wirklich der knaller alles klar okay gut dann kann man das ja auch direkt hochladen ja bis später bis zum nächsten fall bei bei